Okay, 3, 2, 1, los. Hallo! Du hättest auch unten gucken müssen. Stimmt, verdammt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt. Und zwar Minecraft Galaxy. So. Und wir müssen ganz, ganz viel noch klären. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal wieder ein Projekt von uns beiden zusammen. Was hoffentlich länger dauert als eine Folge. Man weiß es nicht, aber es könnte auch schon sein, dass wir morgen kein Video hochladen dürfen. Weil es gibt jede Menge Regeln. Unter anderem gibt es auch wieder eine Todesregel. Genau, wie in Hero. Genau, hast du einen Tag Upload-Verbot. Und genauso müssen wir im Moment drüber reden über Shader. Ich habe jetzt da... Können wir bitte erstmal das Wichtige besprechen? Danke. Also, wir spielen nämlich nicht Vanilla, sondern ein Mod-Pack. Genau, Attack of the B-Team. Was da alles drin ist, könnt ihr euch gerne angucken. Geht da einfach auf die Seite vom Technik-Launcher. Und da seht ihr es dann alles. Und ich persönlich weiß zum Beispiel fast nur gar nichts darüber. Ich habe gestern was richtig, richtig Geiles gesehen. Aber das möchte ich nicht spoilern. Lass uns nicht hier Bäume abbauen. Ja, ich weiß, aber ich tue einfach ein Zerbchen gut abpflanzen. Ich habe gestern was richtig, richtig Geiles gesehen. Und darauf freue ich mich so übelst. Also das ist einfach mein Hauptziel von diesem Projekt. Ja, ich tue nicht mehr. Mehr möchte ich gar. Es wird so dunkel. Guck dir den Wasserfall an. Guck mal runter. Ja, ich sehe da gar nicht, ich bin so dunkel. Wo ist der Wasser? Bis vor mir Wasser? Ja. Ja, ich tue kein Wasser. Guck mal hier. Hör mal. Ich lausche mal. Übelst. Aber mein Shader. Kann ich kurz mein Shader-Problem ansprechen? Nein. Bitte, Tim. Ich weiß halt echt nicht, was für einen Shader ich benutzen soll. Da gibt es tausende Shader. Ich finde, dieser SawShader ist echt richtig geil bei Tag. Machst du wie ich? Nein. Er ist einfach so dermaßen überlichtet. Deswegen kann ich ihn nicht mehr benutzen. Und gerade jetzt nachts, wenn man keine Fackeln hat, ist es auch sau dunkel. Was ich cool finde, wenn du ne Fackel... Es ist saukrass, wenn du das mal siehst. Aber der sieht halt echt pornös aus, ne? Sofern du ne Fackel in der... Alter, sofern du ne Fackel in der Hand hast, leuchtet dir auch... Guck mal. ...dann das ist was richtig, richtig cooles. Die hat ne Spitzhacke im Kopf. Lel. Bekomm ich die? Nö. Ha! Was bist du denn? Bin ich ein Schaf? Geil! Uh! Wollen wir Kinder machen? Nein! Achso. Außer du wirst auch zum Schaf. Hä? Wird man immer zu dem Tier, was man tötet? Kann sein, ja? Warte, ich hab jetzt... Ne. Aber... Ich töte einfach dich und gucke, ob ich so ein Experten werde. Ja, genau, Alter. Geil, du! Ich falle nicht runter. Ich tu kurz mal alle Shader rein, Mann. Ich glaube, ich tu einfach so ein Umfragendokument oder sowas machen, wo ihr einfach die Chance habt, oder dort einfach abstimmen könnt, was... Ich wäre auch zum Schwein, will ich gar nicht. Ähm, wo ihr die Chance habt, einfach ein paar Shaders zu wählen. Da gibt es zum Beispiel den hier. Ich lasse den jetzt drin, der sieht ganz gut aus. Wie werde ich jetzt zu... Ich würde auf den gehen. Wie komme ich jetzt zurück? Ich will keinen Schaf. Nein. Warum sterne ich denn? Achso, ich kann dir das gleich erzählen. Das gleich sagen. Und zwar... So, ich... Brück mal... Brück mal... Ö. Ö. Nach oben. Was? Warte. Ö nach oben. Ah. Und guck mal. Sau. Das ist richtig cool. Ja. Nein, jetzt ist meine Nacht doch wieder saudunkel. Oh, Mann. So, ich mach mal eine Spitzsache. Dann haben wir uns eigentlich nichts vornommen in diesem Projekt. Wir... Also selbst... Ich weiß es nicht. Ich rede einfach mal von uns. Weil ich habe echt wenig Ahnung über dieses Mod-Pack. Ich meine, bei Hexet habe ich mich am Anfang schon ein bisschen schlau gemacht. So, geguckt, was es gibt. Auch die Homepage-Tattoos richtig einladen war. Die sterben alle. Schau, krass, Uwe. Spiele auf hart? Kann sein. Weil wir werden auch ins und sterben. Ich nicht. Wenn jetzt mal Mops kommen würden. Ja, ich aber nicht. Okay. Ich habe schon... War auch echt... Ich habe auch alles zerrissen, Alter. Jubel, man ist gestorben. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch gerne ganz viele Tipps schreiben, was wir machen sollen. Ihr könnt uns auch irgendwelche Home-Links schicken, wo wir Tutorials uns anschauen können. Ich glaube, ich hätte Lust dazu. Aber, was ich dazu sagen muss, viele tendieren ja dazu, richtig lange Texte zu schreiben. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber ich persönlich, ähm, also finde das erst mal saunnet auf jeden Fall. Aber ich lese mir das meistens nicht mal komplett durch. Weil ich erstens zu faul bin und weil ich auch nicht unbedingt alles so vorgekaut haben möchte. Oh. Und, ähm... Nein, noch einer? Deswegen macht euch da nicht zu viel Mühe, sagen wir es so. Fand ich jetzt aber echt böse von dir. Achso, du bist ja... Ich hätte dich fast getötet. Ich glaube nicht. Ich dachte, du wärst ein echtes Schaf. Ich war das... Also, ich wär auf die Zuge. Ich war oben, ne? Ich war oben, ne? Ich bin kein Schaf. Oh. Ich esse jetzt was. Mit Knochen. Ich hab auch was gerade gegessen. Mann, ich sehe hier nichts. Es ist so dunkel. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ey, ich muss euch mal was mit dem Shader mehr überlegen. Einfach Ö, Mann. Warum denn Ö? Ö ist voll weit rechts. Weil alle anderen Tasten auch schon belegt sind. Guck doch mal rechts irgendeine Taste. Du solltest immer irgendein Menü, Alter. Das ist richtig krass einfach. So, gibt's noch andere Tiere? Ein Ofen? Nice, danke. Ja, ist cool. Das ist mein Essen. Jetzt. Ich will nicht immer zum Schaf werden, wenn ich einen Schaf töte. Aber das cool ist, warum kommst du auch von Schaf... ...ein Schaf können essen. Ähm, lass uns mal bitte zwei Fackeln machen, weil... ...dann würde ich schon wieder ein bisschen weiterziehen. Ich möchte mich hier nicht so lang aufhalten. Ich hab schon eine Idee, was ich bauen werde. Ähm... Nun muss ich mal schauen, wie sich das hier umsetzen lässt. Ach gut, ich will auch den Himmel richtig... ...richtig schmiecke. Ich töfte. Weißt du, ob ich einfach das Tun von so einem Mod-Pack auch verändern kann? Oder ob das kompliziert ist? Ist genau so. Dann mach ich das auch. Dann tue ich da auch einfach meine Schwerder reinmachen. Ich klau mir das Ganze Essen. Faggot. Lass das mal drin, bitte. Hast du den Baum so hingelegt? Was hast du vor? Ach, fuck. Was hab ich? Was hast du vor? Ja, ich hab ihn da hingelegt. Bist du dumm? Natürlich hab ich nicht hingelegt. Ich baue Bäume ab und leg die wieder hin. Es geht doch nicht mit der Fackel. L-O-L. Warte mal. A-Ton, kommt Zombie. Ich hab hier. Ja, der macht... Du Idiot! Ich hab vier Herzen. Oh! Du hast ganz ganz Spaß gemacht, oder? Bin ich jetzt ein Zombie? Ja, du brennst bei Tag. Echt? Ich versuchte irgendwas. Ja, ja, ne Kritik-Fan, glaub ich. Ich bin jetzt genau so schnell wie ein Zombie. Geil. Sind Zombies schneller als andere? Nein, ich lache das mal sogar, aber ich bin. So schnell wie ein Mensch. Aber ich bin ein Zombie-Höhrgeil. Ich wollte meinen anderen Shader reinmachen, weil ich glaub, da ging es bei Zeus. So, ich... Achtung. Ich mach jetzt mal was Produktives und ich spiele jetzt auf jeden Fall mit Zeus. Aber dennoch, glaub ich, die Umfrage starten, aber ich finde das Spiel hier richtig cool. Ich mach ne Umfrage, aber ich scheiß drauf. Nein! Hier sind Zombie mit... Hier sind ganz viele Zorgen. Ach's leck. Nein, ist das gelegt! Hä, Cironic muss doch disconnecten, oder nicht? So! Nein, nein, muss man nicht, glaub ich. Tim, wo bist du? Hi. Na? Tim! Du, die man... Die greifen dich nicht an! Die greifen dich nicht an! Doch. Ah ne, gar nicht. Ah, doch. Hatte... Da hab ich angeguckt. Aber der Dich... Jetzt ist Travig. Auch ich bin so ein Fan von dieser Fackel-Mod hier. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich hab einen Muskel... Alter! Guck dir meine Bizeps an! Guck dir... halt an! Oh! Ich wär auch zum Zombie! Wir müssen so aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig töten, gell? Hör doch auf! Ich hab drei Herzen, man! Du ziehst mir richtig viel! Guck dir meine Bizeps an! Ich hab jetzt schon keine Lust mehr auf dem Projekt mit dir! Guck dir an! Das... Jetzt geh weg! Soll ich mal entspannen? Ich kann man nie selbst essen! Oh man, das wird so viel in der dieses Projekt mit dir! So, hier gibt's ein Mod, der heißt Termal Expansion. Und den gab's auch schon bei Vito Beast und der ist ziemlich cool. Es hat so ein Technik-Mod. Und das finde ich auch jedenfalls mal ganz cool, weil in Hexe zum Beispiel haben mir die Mods im Großen und Ganzen nicht so gefallen. Weil ich einfach eher so der Technik-Typ bin. Ja, ich auch. Ich bin ja so der Technik hier und da und dann so... Und dann Juju Meta und Bungie Quartz sind auch ziemlich geil. Nein, aber was ich cool finde, ich hab's dir vorhin schon gesagt, dieser Tropical Mod, da gibt's halt Dinos. Aber ich möchte den noch nicht so viel spoilen. Ich hab ne Kartoffel, das ist echt cool. Können wir anpflanzen. Okay, lass uns mal weiterlaufen bitte zusammen, okay? Warte, guck mal. Da oben ist ja unser Starterdorf, ne? Genau. Und was heißt das, wenn wir doch da bauen? Oder können wir machen, was wir wollen? Wir können machen, was wir wollen. Was du willst, okay. Lass uns schon ein bisschen weiter weg gehen. Nicht zu weit weg, aber so eine Mitte finden, okay? Okay, mach mal. Ja, kein Problem. Auf Kick tue ich grad mit jemandem gerade schreiben und zwar, wie wir oder wer wann dich bekommt sozusagen. Das ist so lustig. Was? Ich muss dir später unbedingt mal einen Ausdruck daraus vorlesen. Wir diskutieren und so drüber. Sie möchte dich, glaub ich, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und so, weil sie halt unter der Woche nicht so viel Zeit hat. Dann schreiben wir halt darüber, was du essen musst und so. Habt ihr mich zu eurem nicht gewollten Kind gemacht? Genau. Das ist richtig süß. Das ist richtig. Das macht richtig Spaß. Vor allem. Lass uns hier uns einverlassen. Du verfolgst zum Beispiel derzeit die ABC-Diät. Okay. Das heißt, du tust kein Obst essen, in dem ein O, ein B, ein S oder ein T drin vorkommt und generell alle Nahrungsmittel mit Vokalen findest du blöd. Ja. Ich brenne. Ja GT, weil du ein Zombie bist. Ich hab's dir gesagt. Drei. Zwei. Nein. Ich hoffe, du kapierst. Jetzt bin ich wieder normal. Ich würde gern mit jemand anderem teamen. Da ist Waco Phoenix solchen töten. Hä? Ich bin jetzt ein Mensch, aber ich brenne immer noch. Das Problem ist, hier hinten ist mehr. Wir müssen in Richtung F? Ich töte jetzt Waco Phoenix. Da kann ich nix. Okay, ich bin hier zu doof irgendeine Richtung aus. Ah doch hier. F0. Hey, ich liebe dieses Mudpack. Hi. Hä? Da schweben wir einfach Pfeile in der Luft. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich zeig dir jetzt mein Bizeps. Ey, guck mal, wie lange wir ihn aufnehmen. Ich hab nichts gestellt. Ich hab gar kein... Oh, das sieht hier am Laufen. Wir sind auf einer beschissenen Insel, glaube ich. Wie geilo. Mein Handy klingelig. Jetzt bin ich ins Gelächter. Ich erschrecke die. Ich tue zu, als wir... Ich lecke wie... Oh, ich brenne. Nein! Verdammt. Was ist das dumm daran? Hallo, ich bin bei euch. Ich seh CK, Commander Krieger. Übrigens, genau. Ähm, in der Beschreibung findet ihr auch noch so ne Liste, wer alles dabei ist. Könnt jemand alle abchecken. Hat... Hat Commander Krieger kein Gesicht? Ey, schau mich mal an. Nein, das ist doch... Er hat kein Gesicht? He. He. Ich habroid? Es sind schon einig. Ja, sollte auch noch die Worte. Und ich glaube ich hab da gerade auch was gesehen. Ich sehe hier ein Skelett. Kann ich nicht? Es muss. Ich sehe es schon eine Fackel. Ich hab nicht mehr zum Essen. Schaufel. Nee, da, da habe ich nicht rein. Ah. Aber du PIDIC M. Wie kann ich in Lofi PAnzeigen lassen? F3 und H? 3 und 3 Oh nein, mach lieber nicht Oh mein Gott Lass das, das ist so krass hier Egal was du drückst, es gibt immer irgendeine Tassenkombi So Gut, dann lass uns mal eine Höhle suchen vielleicht Lass mal, dann sollten wir auch Ja, wir nehmen schon Füllschon auf, bisschen länger Oh Gott Hier ist ein Weib, solche Töten? Ich helfe dir Weib, kein Problem Ich helfe dir, ich habe ihn gerettet Oh, ein Koppelstown, sehr schön Da bist du auch Das ist richtig stark Wie viel Leben hast du noch ins Skelett? Lass einfach abvauen Lass einfach töten, die sind nicht so stark Lass einfach stärken Ich kochte dich, halbes Herz, halbes Herz Nein, ich schlage Ja, schlag mich Das reicht Ich habe jetzt erstmal Hunger Und ich habe nichts Doch, ich habe Zwei Herzen, Alter Loll, was hab ich getroffen? 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 Guck mal bitte, wie lange wir aufnehmen Ja, halbe Stunde Ja, halbe Stunde Nein, sag schon Guck mal, da ist ein, da ist ein Kokosnuss Hast du Kokosnuss? Wie will ich? Kondi Essen? Ich kann ihn nicht abbauen Soll ich ihn dir in den Kopf werfen? Zack, zack, alter, bin ich getroffen Die macht Schaden Ich hab fast auch untergesprungen gestorben So, ähm Ich werde mich jetzt erstmal da einbauen Ja, das irgendwie ganz verpackt Ich werde mich jetzt hier mal einbauen Und mir dann ein paar Sachen craften Und dann die erste Folge auch schon vorbei Von dem neuen Projekt Und Geilo Projekt? Genau Ursprünglich war ja die Idee, das soll Geilo Projekt heißen Bei Käftorways Bruder, aber doch nix Jetzt heißt halt Galaxie, naja, ganz okay Ich freue mich drauf, hier mit dir was machen zu dürfen Glaub ich dir eine schöne Zeit Wird mir auch freuen Wird mir richtig schöne Zeit Die wird so schön Oh, hier die schön Ich finde es auch manchmal schade in meiner Haut zu stecken Weil dann darf ich nicht in den Genuss kommen Etwas mit mir zu unternehmen Wie oft stieß der Roddick noch? Der darf einfach schon die nächste Woche nicht aufnehmen Das ist so geil So, dann werde ich auch hier das mal anfangen Guck mal, drück mal an, dass die für die Tode stimmt Der Roddick 3 Ja, nice Willst bei dir eine Eins stehen haben? Lustig Oh nee Ich hör Schritte Ich bin hier Also nicht, aber du bist aber woanders So, wir sollten jetzt echt aufhören Ich mach mir noch ein bisschen Dirt ab Echt? Ich mach mir noch ein Steinschwert Aber dann ist er auch schon Schwimmschaft So So Ich finde die Steinschwerder noch echt hässlich Spiel ich eigentlich mit FW Ja, okay Und meine Crafting Bands backen richtig, aber hey Das ist Attack of the Beat Das musst du Ich hoffe mal, dass ich meinen Ich hoffe mal, dass ich meinen Bearbeitungsstandard halten kann bei dem Projekt Und Ja, du sehen wir mal Und immer gute gute Effekte reinmachen können Ich werde mich auch halten Ja, das ist aber echt so, weil Ja, da gibt's nicht viel für halten, Tim Aber du machst dir manchmal Specials, gell? Hast du gesagt? Du machst die Specials Hä, du machst doch manchmal Specials? Dann kommt halt mal am Tag ein Video Achso, stimmt Das war dein Special Mein Special war, dass ich Äh Äh, einen Zeitraffer mache Oder so Echt? So, ich brauch eine Fackel jetzt Mann, ich hab nichts zu essen Ich hab jetzt einen Steinschwert Oh, ich brauch Kohle Aber ich lock mich jetzt auch Locks dich auch? Locks dich auch? Und du solltest das auch tun Ja, ich hätt gern ein Stück Kohle Das war's dann Vom coolsten Projekt ever Aber Ich hoffe mal, das wird echt richtig cool Danke fürs Zuschauen Lass die Bewertung da Tschüss Genau, bis dann Aber ich muss noch ganz kurz Oh, es tut mir leid, Stegi Das hast du ja Nee, aber was? Für alle wissen Ich mein, ich hab ja nicht überzogen Du hast überzogen Ich guck mal, wie lang meine Folge war So, ich muss nämlich noch Äh, okay, das passt jetzt aber 20 Minuten Gut Läuft, läuft Also, schreibt mir in die Kommentare Wie ihr das neue Projekt findet Wir freuen uns drauf Und dann war's das auch Lassen die Bewertung da Und bis demnächst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal